Werde ich in diesem Video mein erstes Battlescan sehen? Seid gespannt! Mein Gott, Leute, dieses Opening wird einfach zu krank! Ja, wir haben einen! Wir haben einen, Leute! Wir haben... Yeah! Und hallo, es gibt noch ein neues Video von meinem Kanal, Mr. Löwe, Leute! Heute wird's so richtig krass! Denn wir werden heute ein Stumple... ...Geist Opening machen! Und Tim will langsam zu... ...Gau unseren ersten Battlescan ziehen, Leute! Für euch würde ich einen fetten Daumen nach oben da... Abonniert gerne diesen Kanal, Leute! Und scheinkt gerne auf meinen Discord-Service, seht ihr hier unten eingeblendet! Viel Spaß mit dem Video! bis gleich und wir bekommen was wir bekommen was wir bekommen und wir haben schon einen legendären neuen einfach krass einfach krass wir haben einen legendären neuen ich mach mal einfach mal weiter würde ich sagen vielleicht sie ziehen mir ins Battle-Skin fast ins Battle schade fast ins Battle wir machen weiter, aber es braucht fast ins Battle fast und ok den H4 schon ok und und es geht weiter es geht weiter und guckt jetzt wir ins Battle ziehen und was ziehen wir ein weihnachtsmal gezogen sehr nice wir machen dann fünf Spins auf einmal wir haben schon wieder neuen legendären leute jungen äh ähm bull leute sehr sehr nice russ mit einem aus ok wir machen immer fünf auf einmal leute neuer sie müssen noch irgendwas krasses die wieder löwen ok wir 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 schauen mal schade aber der der schon mal neu sehr äh eine äh äh okay wir haben fast das glatt gezogen fast fast und dem mumian toni ist auch neu ist ja da haben wir schon also wir haben 30 gezogen wir machen einfach noch mal fünf stelle ich sagen und ja guck mal jetzt wird das wettel und wenn sie haben wir auch schon wir müssen auch noch nicht mehr wir haben die alle schon das kommt haben wir auch schon leute als wir müssen aus kalt ziehen fast special leute schade wir haben den blitz nicht gezogen wir haben wir machen weiter machen weiter machen noch mal vielleicht ziehen wir noch was krasses aber wir haben schon mal ein special gezogen und geht die haben wir schon die haben wir auch schon wir müssen wir müssen mal was krasses ziehen den haben wir auch schon wir müssen mal was krasses ziehen den haben wir auch schon was wir noch ziehen leute guck mal was wir noch ziehen noch was krasses bitte was krasses noch wir haben noch einen legendären leute alter noch einen legendären und wir können jetzt noch einen spin noch kaufen jetzt bin jetzt fast noch ein special leute den haben wir auch schon ich kann mir noch was kaufen noch einen schade ich würde sagen das war dieses video ich hoffe es hat euch gefallen es hat einen fetten daumen nach oben da schreibt dann mal rein ob ihr hier schon ein blödes skin zu habt leute ich wünsche euch einen schönen Tag und tschau tschau tschau